Hallihallo Hallöle und ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Resurrection Ich bin's der Dü und wir werden uns heute mal in der Folge beschäftigen mit einem weiteren Steam Firnace oder einem weiteren Firnace wir schauen wir mal was wir da haben der auch mit Überdampf betrieben werden kann aber wir haben da Hype Washer Firnace wir haben Steam Firnace wir haben Bronze Plated Firnace das ist ein größerer Basic Electric Firnace das haben wir gerade nicht am Start und ja was haben wir hier bricht wir nehmen vielleicht den hier wahrscheinlich am wenigsten ne One Plated Bricks required Wahrscheinlich wird's der hier werden Ähm da haben wir glaube ich eh noch ein bisschen was da davon deswegen ist es gar nicht so schlecht gucken wir mal Ziegelsteine wir haben hier haben wir noch ein bisschen was gucken wir mal ob wir hier ein paar Ziegelsteine haben hier noch ein paar Kabel davon okay das ist leer dann haben wir hier auch noch genügend davon hier haben wir das 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 muss sowieso aufräumen das wird vermutlich vielleicht sogar in dieser Folge werden dann am Ende Ich bin gerade noch ein bisschen herum schauen ob ich hier noch irgendwo Ziegelsteine habe aber damit sieht es momentan ein bisschen mau aus Ah okay das nicht das nicht das auch nicht wir gehen erstmal pennen und dann kümmern wir uns mal um die Ziegelsteine hier müssen wir auch noch mal was machen dran Okay Seid ihr bereit seid ihr bereit für die Ziegelsteine die Ziegelsteine Challenge Irgendwie sind die Äpfel mal unter meinem Grundnahrungsmittel Muss ich mir noch mal was mit der Kuhfarm einfallen lassen ey Ich suche ein Schleim hier irgendwo was Wir gehen mal weiter und suchen uns leben 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 das ist der lebenssong Ohne Inhalt Wie immer halt wie immer in meinen Folgen ohne Inhalt so Ja hier haben wir ein bisschen Ton das ist gut La 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 Können eigentlich auf jeden Fall vielleicht mal wir hatten ja der Black hat ja gesagt wir können ja ein bisschen was nutzen von ihm Das heißt wir können uns mal ein bisschen Equipment vielleicht auch mal bei ihm erstellen Lalalala 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 Zack Und zack Okay Juhu das ist so Gehen wir nochmal hoch Okay Weiter geht's mit dem Leben Zack 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 Und tap Und hoch Auftauchen Oh nein Ich krieg Schaden Na toll So Lalalala Okay Wieder auf den Weg zurück Okay So Lalalala Dumb dum di dai Eieieiei Auf geht's Dum dum di dai Eieieiei Eieiei Das ist natürlich auch so eine Sache für sich hier mit der Hütte So Okay Nächster Part ist erstmal nochmal was snacken Und dann den Ton schmelzen Ah nicht die Äpfel lol Der Ton Hier ist der Ton Und hier oben ist auch nochmal der Ton So Die Kiste ist fast sogar voll mittlerweile Nehmen wir uns hier mal das ganze Tint erstmal raus Lalalala Und geben das hier mit dazu Da ist die Kiste hier so gut es geht sogar fast voll Sogar Ähm Genau Ich wollte jetzt hier auf jeden Fall diesen Hype Washer Furnace Blade Small Steel Fluid Pave Das heißt wir brauchen ganz ganz viel Stahl eigentlich sogar Gucken wir mal was wir denn da noch an Stahl haben Das wird lange lange brauchen wahrscheinlich Den Stahl zu schmelzen Ähm Hier haben wir kein befülltes Material Okay Das heißt einmal hier rein Einmal hier Kohle rein Wir werden es vermutlicherweise Also wir haben jetzt nur 30 davon Kann das sein Oder haben wir nochmal irgendwo ein bisschen mehr rumliegen Hier nicht Hier nicht Da nicht Da nicht Doch Hier haben wir auf jeden Fall noch was Das ist gut Dann brauchten wir glaube ich irgendwie so Hammer Und das Also hier hatten wir das doch Zack Zack So 32 Stahlblatt Okay wir fangen erstmal an Machen wir erstmal meinetwegen die Die Hülle drum rum zum Beispiel Das heißt wir brauchen eine Wrench Und den Hammer Und brauchen davon Und diese Stahldinger Das heißt wir Und davon brauchen wir so viel Ey Das ist richtig richtig viel Also Hammer glaube ich Die Hammer war unten Und die Wrench war oben Ne Wenn ich jetzt noch eine Wrench habe Also von den Hämmern Habe ich ja genügend Ne Hier haben wir eine Wrench Ah wobei es geht eigentlich Ne Wobei Sechs Stück kamen da raus Das ist in Ordnung Und brauchst du dafür noch halt die Ziegelsteine Ne Das ist ja auch nicht so das große Problem Dann Wie war das jetzt hier Konnte man die so zusammenkraften Ja genau Eins Zwei Okay Jo das müsste es dann eigentlich fast schon gewesen sein Eigentlich brauchst du dann nur noch Das hier Aber ja Das hat man ja sogar schon fast Das geht ja schnell Wahrscheinlich andersrum glaube ich Ne so nicht Und dann die Ziegelsteine hier unten Ja genau So dazu nehmen wir jetzt noch den Ofen Wir hatten hier irgendwo noch einen Ofen gehabt Zack Oder machen wir jetzt gleich in dem Craftingfeld Das ist glaube ich auch ziemlich egal Dann brauchten wir Einfach nur drum herum gelegt Ne Das ist ja doch recht einfach eigentlich Ne Wundert mich gerade selbst Dass das so easy geht So Dann haben wir hier das Gucken wir mal Dann muss Jetzt auf jeden Fall Muss der hier angeschlossen werden An Das hier Das bedeutet wir brauchen hier unten Auch nochmal einen Transfer Nodi Haben wir davon noch einen Transfer Nodi Flüssigkeit Transfer Nodi Items Okay Das heißt wir müssen hier unten nochmal ein bisschen tiefer rein Okay Das bedeutet wir stellen den hier erstmal hier auf Er müsste jetzt eigentlich schon was bekommen Und wenn ich das jetzt hier so mache Dass ich sage Ich habe hier die Items Aber ich müsste wahrscheinlich noch eins weiter runter Einfach so Und dann wird das hier in die Kiste reingegeben Aber eigentlich Das ist nicht unbedingt schlimm Dass der hier Das nicht hat Da bespricht dann hier gleich noch einen Hopper wahrscheinlich Ja Also dass ich das verbinde Das ist glaube ich nicht unbedingt schlimm Das ist denke ich ziemlich egal Weil die dann sowieso in die eine Kiste gehen So das bedeutet wenn ich jetzt sage Okay gut ich will ganz gerne hier das hier Das hier reingibt Dann läuft der Der läuft und läuft und läuft ohne Probleme Aber verbraucht verdammt viel Dampf Da reichen die Transferrohre glaube ich nicht dafür aus Hmm Ah ich bräuchte eine One Spreche ich dann dafür Um das abzubauen Hier Als Transferrohr reicht halt leider nicht aus Maximum wäre das halt aber Das wäre halt auch Bullshit Ne Wenn du hier das hier noch machst Aber Das kann ich mir nicht vorstellen Dass das funktioniert dadurch Ne Also er hat halt auf jeden Fall zu wenig Dampf Das ist halt safe Ne Er braucht halt deutlich mehr Dampf Das heißt du bräuchtest halt eigentlich diese Fluid Pipe Ne Da ist halt die Frage ob das dann hier Ob das dann funktioniert wird Weil wir können das mal Wir holen uns mal noch eine Wrench Moment Das ist jetzt wirklich nur einfach ein bisschen Eigenreaktion Wird das vermutlich werden Zack Wir könnten sagen Dass wir vielleicht den Den Dampftank Wir haben ja jetzt hier Haben wir ja noch einen Dampftank Warte mal Wir nehmen hier einfach mal einen Dampftank weg Und dann noch nachproduzieren Den Dampftank Das ist ja kein Problem Lalalala Okay Ich habe momentan sehr viele Rohstoffe Die halt unbar Aber teilweise da liegen Und das ist dann natürlich eher ungünstig Naja dann steht er hier halt auf jeden Fall bisschen doof halt Weil er sich hier halt ran stackt Safe Außer ich baue jetzt hier meinetwegen das hier Ab Und sage das soll hier ran Dann könnte ich sagen Okay gut Wir machen das So Dass wir Ja das wird jetzt wie gesagt Das wird jetzt auch wieder Eigenkreation Das ist jetzt auch ein bisschen herumgetestet Zack Dann machen wir das so Dann müsste das hier zumindest schon mal passen Dann wäre es vermutlich günstig Wenn wir es so machen Moment 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 Ich kriege gerade Weil er hier jetzt produziert Jetzt hat er auf einmal genügend Hä das verstehe ich nicht Jetzt hat er auf einmal genug Hä jetzt hat er sogar genug auf einmal Müssen wir das gar nicht so lösen Darüber Wir können es hier einfach mal lassen Wir können es hier einfach mal Können das hier einfach mal hier so verbinden Und einfach mal schauen was passiert Ne hier hat er hier auf einmal keinen Dampf mehr Okay lol Hat ihm der Dampf dann rausgezogen Achso es kann an der Öffnung liegen Ach es liegt an der Öffnung Ach genau da war ja was mit der Öffnung halt noch gewesen Ne Hier war die Öffnung nach links Ne Ach genau Stimmt da war ja was Ja Der überhützt sonst Ja Oder Ja Sieht gut aus Hätte mich schon gewundert eigentlich Hä warum Okay Wieso weshalb Warum Das jetzt nicht so funktioniert Aber es sieht gar nicht so Meine eigentliche Idee war jetzt gewesen Eigentlich Sondern das wäre jetzt meine Sache gewesen Die ich vermutlich jetzt gemacht hätte gleich Dass ich gesagt hätte Okay gut ich mache hier einen Dampftank Oder vielleicht auch mehrere Und leite dort den Dampf erstmal rein Den überschüssigen Und versuche das dann über ein schnelleres Medium Weiter umzuleiten Wahrscheinlich wäre das schnellere Medium Dann die Pneumatic Tubes Nicht die Pneumatic Tubes Sondern die anderen Dinger Die ich jetzt hier gerade Nicht im Inventar finde Die Fluid Pipes Halt auf jeden Fall Hier da sind sie Hier Genau Aber es sieht so aus Als wenn es funktioniert Wobei Wobei hier der Dampf Ist halt relativ schnell aufgebraucht Ne Aber gut ich gehe mal pennen Ich gucke mal ob das Ob das Ob das reichen würde Oder nicht Muss man mal schauen Halt Weil der verbraucht Wirklich enorm viel Dampf Da müsste man natürlich mal schauen Der Dampf der reicht halt Nicht aus Also der Dampf der jetzt hier reinkommt Der reicht halt nicht aus Sind wir wieder nur bei 3400 Obwohl hier draußen Genügend Generatoren stehen dafür Jetzt werden wieder 8000 reingegeben Das ist halt die Frage Wie viel Geben diese Oder wie viel Leiten diese Transferrohre Und die leiten scheinbar Immer nur per Tick 8000 in den Ähm In das Ding hinein So jetzt ist er wieder Auf null Also in einem bestimmten Tick Intervall Leiten die 8000 weiter Ne Also hier ist es ja eigentlich Voll Ne Ist halt schwierig Gibt es denn doch Gibt es denn noch Noch eine andere Möglichkeit Das vielleicht etwas anders Zu erledigen Energie Rohr Filter Rohr Energie Überkreuz Rohr Energie Extraktor Transfer Rohr Sortier Rohr Wir sehen uns Wir sehen uns Schöpf Schöpf Wir sehen uns Schöpf